Hoi Leutertafik, willkommen zu einer neuen Folge von meiner Minekraft Serie und ja, und das war schon wieder ein Fehler, den Shader anzumachen. Ja, Handy beruhigt dich. Kann ich, wenn ich wieder zu Hause bin, mit dir aufnehmen? Ja, ja, darfst du. Wenn du das Video siehst, ja, darfst du. Was ist gut? So, ich habe ihm jetzt geschrieben, dass er, um die Aufnahme, also um die Antwort zu haben, einfach die Folge hier gucken muss. Ja, ja, das habe ich getan. In der letzten Folge haben wir die Wachen getötet und das ist ziemlich cool, dass wir einfach so, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich mache wieder die Rüstung hier rein. Also, Leute, ich möchte einfach heute was machen. Ich möchte mir nämlich... Äh, nee, das mache ich wann anders, oder? Äh, keine Ahnung. Ich nehme nämlich jetzt meinen Sohn. Also, ich hole erst mal die Sachen. Inventory. Boah, zieh doch die Sachen an, wenn ich die schon gebe. Alter. Also, ich hoffe... Hallo. Hallo. Ich nehme auf. Was? Ja? Ach, ich habe was vergessen. Ich muss den ja auch... ...hoch darauf... ...ä... ...hoch stellen, dass er mir folgen soll. Ich weiß nicht mal, wo mein Sohn ist, aber... ...och okay. Hallo. Ja, Leute. Ihr seid richtige Haralds, wisst ihr? Ich baue mich jetzt einfach hier hoch. Aha. Scheiße. Habe ich Jump Boost? Alter, ich habe Jump Boost. Aber nicht so einen großen. Leider. Dass ich jetzt über die Mauer springen könnte. Aber vielleicht kann ich das ja auch. Angriff. Wie viele Herzen hast du? Ich töte dich, Alter. Los, mein Sohn. Warte. Wo bist du? Ach, ist egal. Dann töte ich einfach die alleine. Ich klatsche euch weg. So, jetzt bist du hier. Work. Combat. Combat. So, hier. Guck mal. Klatsch die weg. Ich klatsch die hier weg. So. Und du klatsch die anderen weg. Weißt du? So ist der Plan. Digga, was ist mit dem los? Gehst du jetzt jetzt mal die anderen angreifen? Ach, ich klatsch euch einfach nur runter. Erstmal einfach nur die Wache angreifen. Könnt ihr mal gegen mich kämpfen? Ja, Brent? Mir geht's gut. Und dir? Wahrscheinlich jetzt gleich nicht mehr so gut. Und was ist mit dir? Hast du irgendwas dabei? Oder? Hast du irgendwas dabei, Alter? Schau mal nicht. Ich klatsch dich weg, Alter. Ich hab keinen anderen Spruch drauf, außer den. Aber ich krieg dich jetzt weg. Also. Du zur Seite, Alter. Ähm, die Rüstung sieht... Ja. Welche Rüstung sieht cooler aus? Ich weiß es nicht. Schreib's jetzt in die Kommentare. Ich find die von dem hier sieht besser aus. Aber ich glaub, die... Die ist nicht besser. Wie, der sich eiskalt nicht wehrt. So easy kann's sein. Ich klau erstmal dein Essen. So. So. Da. So. Die Karotte, glaube ich, auch noch. Den Teller, glaube ich, auch. Ja. Ja, Alda. Was hast du für Wege gebaut? Was ist mit dir los, Alda? Wie sollst du hier so viele Lampen stehen? Jungen, geh. Du willst du eine Atombombe zünden oder was? Nein, willst du nicht? Dann halt nicht. Ich will aber eine Atom-Nutze. Tom, äh, Blöwe. Atombombe zünden. Sohn, du kommst jetzt mit. Wo bist du? Ich kann nicht mich rechts klicken. Da. Stay here. Ich klau mir erstmal Sand von dem. Und dann tötte ich den König mit Stil, Alda. Wieso sag ich die ganze Zeit Alda? Bin ich dumm oder so? Die Antworten. Die Antworten. Auf jeden Fall. Nur. Ich tötere dich jetzt nur. Mit Stil. Stirb, Alda. Du erstiegst jetzt. Ich tötere dich jetzt. Wir haben ihn getötet. Ja. Ich ziehe jetzt die Rüstung an. Ich fand die cool. Deswegen ziehe ich die jetzt an. Ja, Leute. Das passiert, wenn sich jemand mit meinen Tieren anlegt. Ich baue jetzt auch dein Gold ab mit einer Steinspitzacke, haha. Wie? Man kann das nicht mit Stein abbauen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Leute. Das Projekt hatte ja keinen Namen. Aber der König ist tot. Und so? What's going on? What's going on? So, ich gebe dir jetzt die witzige Rüstung. Ja, die Rüstung finde ich cooler. Eigentlich. Ja. Die ist cool. Leute. Ja. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade, was ich machen könnte. So, du bleibst da. Und ich tötete die Kuh hier. Ja, ja. Das hat sich gereimt. Ich möchte jetzt was machen. Oh. Mein Kind ist gestorben. Müssten jetzt hier nicht Überreste von der sein? Nein? Nicht so wie bei meinem Sohn. Bei meinem Sohn habe ich ja hier die Kisse gekriegt. Offscreen. Und da... Da war ein Überrest... Ach, da ist... Da ist die Überrest... Dings. Kann ich sie einfach so wiederbeleben? Ja? Ach, schade. Ich... Dann... Mach ich das jetzt einfach so. Nee. Tschüss. Warte, ich hole mir noch einen Bogen. Wo? Arro. 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 So. Was gibt's denn noch so für gute... Ja, das hier. Weakness. Und Pozen. Ja. Game Mode Survival. Noch ein... Zum Schluss. Ein... Richtig cooler... E...